steht für 10.000 euro drin da können wir ihnen das fahrzeug nicht für 7000 euro geben das tut mir leid aber das können wir leider nicht machen also ist definitiv zu wenig das fahrzeug steht für 10.000 euro drinnen 7000 euro wäre nicht möglich was wir vielleicht machen können wären 95 oder irgendwas zwischen 9 und 95 aber 7000 euro ist definitiv zu wenig für ein s8 steht ja alles im internet drin wir sind ein automobilhandel 7000 euro wie kommen sie darauf für 7000 euro ja aber wieso 3000 euro rabatt würden sie mir das erklären 3000 euro rabatt wieso 7000 euro schaffen wir leider nicht aber warum 3000 euro weniger haben sie irgendeinen mangel am fahrzeug entdeckt ja aber ich habe nicht mehr